Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum, Sicherheit hier im Dom im Feld, gerade dann, wenn sehr viele Menschen da sind. Man muss sehen, der Kölner Dom ist die meistbesuchte Kathedrale in Europa. Wir haben den Hauptbahnhof direkt in der Nähe, also sprich direkt nebendran. Das heißt, sehr viele Menschen sind unterwegs. Deshalb haben wir bei einem ernstzunehmenden Hinweis hier auch sehr massive Maßnahmen ergriffen und werden die Fortführung so lange, bis wir auch Entwarnung geben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.